Eine Anwältin verbündet sich mit Kriminellen, ein Dorfpolizist greift nach seinem Traum Breakdancer zu werden und eine Junggesellenparty geht mal wieder daneben und endet im Chaos. Das alles jetzt bei unseren Filmtipps. Viel Spaß! Auf der 3 Bad Guys Mit Bösewichten kennt sich die Protagonistin in diesem Film sehr gut aus. Sie ist nämlich Anwältin. Diesmal gerät allerdings sie auf die schiefe Bahn. Sie tut sich mit ehemaligen Klienten, die sie mal vor dem Knast bewahrt hat, zusammen und will Drogen im großen Stil verkaufen. Der entscheidende Deal geht aber mächtig nach hinten los und die 4 sind dazu gezwungen, sich in Sicherheit zu bringen. Dabei werden sie allerdings schnell in die Ecke gedrängt. Nun stehen diesen ungleichen Ganoven nicht nur ihre persönlichen Konflikte im Weg, nein, auch die Mafia und die Polizei sind hinter ihnen her. Ob sie sich aus dieser misslichen Lage wieder befreien können, findet's heraus. Auf Platz Nummer 2 Dance Crew Luca ist Polizist in einer kleinen Stadt in Italien. Er hat eine große Leidenschaft und zwar das Breakdancen. Als er von einem Casting für eine der besten Whip-Hop- und Breakdance-Gruppen erfährt, beschließt er nach Rom zu fahren und dort fortzutanzen. Er kämpft sich von Runde zu Runde und die Chance, in der Crew durchzustarten, ist zum Greifen nah. Doch je weiter er kommt, umso mehr muss er sich einer schwierigen Entscheidung stellen. Der Ruben hätte nämlich seinen Preis. Er müsste sich von seiner Familie, seinen Freunden und vor allen Dingen von seiner Freundin entfernen, der eigentlich schon die Zukunft geplant hatte. Was würde ihm am Ende wichtiger sein? Liebe oder Erfolg? So oder so, es ist ein schönes Drama, das man sich auf jeden Fall mal anschauen kann. Und auf Platz 1 diese Woche Ready for Hangover. Vier Freunde feiern einen Junggesellenabschied, der am Ende so ausartet, dass die Hochzeit zum Platzen droht. Zum krödernden Abschluss der Feier machen die Jungs noch einen Fallschimpf-Sprung. Warum auch nicht? Das Problem an der ganzen Sache ist nur, dass sie nicht wie geplant wieder auf amerikanischen Boden landen. Nein, sie landen auf unbekannten mexikanischen Territorien. Dort geraten sie schnell in Schwierigkeiten und begegnen auch der ein oder anderen speziellen Person. Ohne Geld, Ausweis und Sprachkenntnisse versuchen die vier wieder gemeinsam nach Hause zu kommen, um dem Bräutigam rechtzeitig bei der Hochzeit abzuliefern. Ob das was wird, schaut selbst. Das waren mal wieder unsere drei Film-Tipps für euch. Am besten ihr schaut sie euch gleich hier an. Ansonsten, wenn ihr keinen unserer neuesten Filme verpassen wollt, dann lasst uns doch auch gerne ein Abo da. Neue Woche, neues Glück. Ihr habt wieder die Chance, bei unserem Gewinnspiel teilzunehmen. Alles was ihr dafür tun müsst, schreibt unter einem dieser drei Filme in die Kommentare das Wort Gewinnspiel. Ganz einfach und mitmachen lohnt sich, denn am Ende der Woche losen wir einen von euch aus, der dann ein paar VFDs von uns zugeschickt bekommt. Den Gewinner von letzter Woche, den verkünden wir noch auf Facebook, Link ist wieder in der Beschreibung. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß mit dem Film und wir sehen uns dann nächste Woche mit drei neuen Tipps wieder. Bis dahin, ciao.